Musik Hallo und herzlich willkommen zu Klicklack. Diesmal begrüße ich Sie aus Rom, dieser fantastischen Stadt. An drei Abenden darf ich hier das Lalo Cello Konzert spielen. Und das mit dem wunderbaren Orchester der Academia di Santa Cecilia. Es ist großartig, in der Mitte zu sein und zu leben. Mit einem großen Orchester wie Santa Cecilia, der Sound, die Passion und der Stil sind ziemlich unig. Es ist unglaublich. Passione. Ja, dieses Orchester hat Temperament und Feuer. Und Sie können sich vorstellen, dass ich mich freue, hier zu spielen. Doch beginnen wollen wir unsere kleine Reise mit der vielleicht bekanntesten Römerin der klassischen Musik. Es ist Cecilia Bartoli. Und mit ihr habe ich ja schon etliche gemeinsame Projekte gemacht. Ich denke da an Dolce Duelo und vieles andere. Und ich glaube auch, sie hat jetzt Freude daran, diese Aufnahmen von sich zu sehen. Als sie 18 Jahre alt war, mit ihrem Cinquecento ums Colosseum sauste. Und diese Straße ist vieles. Und diese Straße ist vieles. Und meine Frau, meine Frau, meine Frau, war sehr schlecht. Und diese Straße ist vieles. Und diese Straße ist gut. Und meine Frau, die Frau, meine Frau, meine Frau, war sehr wichtig. Und meine Frau, meine Frau, meine Frau, Die Frau in der Kielfzelle sind. Musik 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 Es gibt quasi ein Moment der Sacralität in der Musik zusammen. Es gibt eine Musik, die heute nicht mehr mit der Gemeinsam Musik. Heute ist man immer vor dem Computer, immer vor dem Iphone. Aber das ist das Schmerz, die komplizität, ist das, in mir, das ist der segreste. Wir sind in Rom und diese Stadt ist einfach fantastisch. Die vielen barocken Plätze, die wunderbaren Brunnen, es ist faszinierend hier zu sein. Ob Kolosseum, Forum Romanum oder Vatikan, aber was diese Stadt so ausmacht, ist ein ganz bestimmtes Lebensgefühl von Leichtigkeit, Freude und natürlich jeder Geschichte. Und jetzt habe ich eine besondere Überraschung für Sie. Es ist die italienische Pianistin Beatrice Rana. Sie wohnt hier in Rom und gehört zu den ganz großen Talenten. Ihre Einspielung der Goldberg-Variationen ist fabelhaft. Es ist ein ganz bestimmter musikalischer Zugang, der Sie so einzigartig macht. Getroffen haben wir Sie hier im Auditorium. Die Goldberg-Variationen sind für mich etwas ganz genau. Sowohl als Musikerin als auch als Mensch. Ich bin mit Bachs Musik aufgewachsen. Und mit diesen Variationen habe ich schon als ganz kleines Mädchen bekommen. Zu jeder Klavierstunde brachte ich eine neue Variation mit. Ich war damals elf Jahre alt. Und das ganze war für ein Spiel. Manche sind ganz schwierig. Ja. 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 Ich fühle so viel Menschlichkeit in dieser Musik. Natürlich ist es ein sehr intellektuelles, weil es eine der Masterpiece der Architektur und Musik ist. Aber ich fühle mich so viel Lebensfreude in dieser Musik. Ja. 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 Was ich so spannend finde, ist das, was ich so spannend finde, ist, dass, for example, diese... Oder das. Oder das. Manche Variationen sind so frisch und haben so viel Freude, aber dahinter steht eine klare Struktur. Im Gegensatz dazu stehen die Moll-Variationen und ich denke da besonders an die letzte. Für mich ist das ein absoluter Höhepunkt. Und wenn man sagt, dass der Schlaf der Spiegel des Todes ist, dann wird das hier ausgedrückt. Ich finde, tiefer kann man nicht empfinden. Man kann sich nicht mehr darüber nachdenken. Ich finde, das ist ein absoluter Höhepunkt. Ich finde, das ist so schön. Ich kann es auch schwer erklären. Aber es ist ein besonderes Gefühl, diese Musik auf der Bühne zu spielen. Denn sie ist nicht nur eine Herausforderung für mich, sondern auch für die Zuhörer. Und wenn wir bei der letzten Aria angekommen sind, haben wir uns zufrieden. Das ist wirklich eine tiefe menschliche Erfahrung. Das ist wirklich eine sehr intensivere Erfahrung. Das ist wirklich eine sehr gute Erfahrung. Meine ersten Klavierstunden habe ich mit dreieinhalb Jahren bekommen. Also eine Art von Klavierstunden. Und mit sieben bin ich zum Konservatorium gekommen. Aber es war sehr natürlich, denn meine Eltern sind bei den Playmisten. Nicht nur in einer Musiker-Familie, sondern auch in einer Musiker-Familie. Also Klavierstunden war einfach Teil des Lebens. Ich dachte, das war wirklich normal. Ja, Teil des Lebens. Die Künstler-Familie der Künstler-Familie für dieayerischen Häusern zu erinnern, die wichtigsten Verlust-Lazir-Familie von der Künstler-Familie von der Künstler-Familie und von der Künstler-Familie von der Künstler-Familie von der Künstler-Familie Die Künstler-Familie haben auch eine sehr spezielle Künstler-Familie in meinem Herz. Mein erstes große Künstler in Italien war mit ihnen. Meine erste Rekordung mit Orchester war mit ihnen und meine erste Tour mit ihnen war mit ihnen. Sie haben wirklich viele erste Mal für mich. Die Goldberg macht uns das zweite Klavierkonzert von Bukovic singen liebst die größten Herausforderungen. Ich mag Herausforderungen und ich mag auch große Architektur. Ich habe absolut in Liebe dieses Konzertes gefallen. Das erste Mal, dass ich es hörte. Das war der größten Schock in meiner Musiker-Karriere. Warum? Ich denke, es gab eine sehr dunkle Macht, die mich stark anzieht. Das zweite Konzert ist ja Maximilian Schmidhof gewidmet. Der ein enger Freund von Prokofiev war. Schmidhof war von Russland nach Norwegen gereist und wie Prokofiev eine Postkarte und darauf stand, ich habe mich erschossen. Prokofiev konnte das nicht glauben, fuhr nach Norwegen und musste feststellen, es war wahr. Aber es war wahr. Und es war schockiert. Als er nach Russland zurückkam, hat er dann dieses Konzert geschenkt. Und als das Konzert zum ersten Mal aufgeführt wurde, war es einfach zu viel für das Publikum. Und es war schockiert. So the first time that the audience listened to this music, they were just shocked. There is somehow some places where it's very mechanic what happens. It's the brutality of life, I think, of time too. And on the other side there is this extremely deep approach. I think Prokofiev drückt hier seine Fassungslosigkeit über den Selbstmacht des Freundes aus. Du liebst das Drama, oder? Yes. Well, I think that a very big role is played by my origins, which are South Italians. And South Italy, we, from Lecce, it's like really in the high hill of the boot. And so we have, we are very dramatic. And so we have, we are very dramatic. An drei Abenden darf ich hier in Rome mit dem wunderbaren Orchester der Santa Cecilia unter der Leitung von Miko Frank spielen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich mit Miko musizieren darf. Er kommt aus Finnland und gehört zu der neuen Generation junger Dirigenten. Mit Miko zu spielen, ist jedes Mal etwas ganz ganz spezielles. Er ist ein wunderbarer Mensch, aber auch ein unglaublicher Musiker. Er unterstützt den Solist wie fast keinen anderen. Mit Miko in Bern. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020